es wird es wird es wird wir haben noch ein paar zu tun wir machen die zeremonie weiter mit der viana den namen werde ich mir niemals merken warum immer ich müsste eigentlich nur lesen aber dafür auch dafür bin ich manchmal zu blöd also stadt war los mit ihr hey ist das laut moment drin ist alles bereit nur noch eine sache zu lege die anführerschein auf den ehrenplatz hier her und was passiert ist sie ja gut maui verdeckt der halle ist immer ein maui verdeckt berge sowieso ausschaut natürlich das ist wirklich wichtig an moment das gesehen eine neue konstellation zum himmel erschienen ich denke steffe dass das wir gemeinsam durchgemacht haben und für unsere vorbildfunktion das ist großartig mein ich möchte dir etwas zur feier des tages schenken warum kriege ich immer kleider immer irgendwo auch männer an männer anziehen sachen oder so ja ernsthaft ich krieg die ganze zeit nur das gibt es gibt ja nichts kann es ja nicht sein Und ein weiterer Abend an den Zuf gewappnet zu sein. So, ich werde kurz unterbrechen. So. Dann, was steht an? Was steht an? Mach mal den Dreamlight-Brunnen. Bringen Donald die Gegenstand. Das ist cool. Das ist nämlich recht easy-going. Warum habe ich das? Ich habe diese Scheiße hier verpackt. Ich hoffe, dass es im nächsten Patch sich... Wird sich das wahrscheinlich richten. Oder in dem ersten Patch seit... Was weiß ich wann. Weil es kam noch nie ein Patch. Jetzt kommt es noch nie ein Patch in dem Spiel. Jetzt hätte ich noch keines gesehen. Ich versuche, dass ich mich für mich verpackt habe. Äh! Donald ist an einer meiner Stelle mit dem vergessenen Landeerhof, oder?! Da enttäusch ich mich da jetzt, oder? Ich mein, jetzt wenn ich nichts mehr hole. Ah, Donald, da bist du ja! Stell dir nicht wo hin! Komm Donald! So, er hat ihn hier hergesehen, wenn wir die Bände zusammenbringen, denken wir, dass wir Party machen. Schreiben wir einfach laut. Es ist Disco-Jusse-Party, Disco-Disco-Party-Party. Looks good. Das ist ein geiles Bild mal. So, jetzt schaut die Sendung auf Stumm, jetzt nervt's. Bitte. Nein, danke dir, Donald. War mir eine Freude. Mir auch. Ein Geschenk. Ein Kleid. Boah, ich krieg ein Matrosending. Das ist schon mal was mündliches. Jawohl. Jetzt sucht er wieder aus. Geh, mach mal das. Das ist wahrscheinlich einfacher. Das Spiel ist ja eigentlich im Early Access, oder? Täusche ich mich da jetzt. Mir liegen die Notizen. Hab einen schönen Abend. Ja. So. Ich will die gereinigte Nachtscherben. Oh, da ist der Merlin gleich daheim, Alter, wenn ich in seinem Haus rumgehebe. Das ist ja wohl so aus. Das Geschenk. So. Jetzt tun wir das herstellen. Okay. Scheiße. Und das ist 10, naja nicht 6 Zeit zum graben Ich wollte eigentlich die andere Scherbe So, eins habe ich schon noch voll So, eins habe ich schon So, eins Oh je, jetzt wird langsam spät Und schon wieder wo anklopft, ah, da drüben ist noch so ein Ding Tatarataratatatat Nicht einhaken, so, gehen wir in die Richtung Ich weiß, wenn es nicht zwecksbebauern wäre oder alles zu pflastern, würde ich alle Häuser Alle, alle mitten am Strand setzen Einfach, dass alle nebeneinander ziehen Ich weiß nicht, dass alle mitten sind Ich weiß nicht, dass alle mitten sind Ich weiß nicht, dass alle mitten sind Das ist... So? Jawoll, zwei schwarze. Wie viel haben wir jetzt schon? Sechs. Das sollte eigentlich schon reichen. Ich weiß, das geht mir... Das geht mir ziemlich sicher. Das geht mir voll an in die Eier im Nachhinein, dass ich das nicht mehr zusammen suche. Aber... Schauen wir mal. Finde ich jemanden, der gereimte Nachtscherben in Pulver verwandeln kann. Ich weiß, wer... Es ist so gerne ein quadratischer Typ, der locker auch eine Landschaftsteil in Minecraft simulieren könnt. Wo ist er denn? Ernsthaft? Wo ist Wall-E? Nein. Sagst du, bin ich komplett blind? Das gibt's ja nichts. Warum wirst du lustig, wenn du mir nichts anzeigst? Warum wirst du lustig, wenn du mir nichts anzeigst? Wo ist das? Wo ist das? Für was ist denn dieses Jahr? Na gut, schimpf zum Schneepäller. Aber ihr seht schon, es geht voll Gas voran. Nein. Hab ich. Das ist ein Matsch-Eis. Abschneiden beat. Das ist aber nicht so. Ja. Und wir müssen das Balance hin實 sein. Ich habe mich geämpfiert. Das ist gut. Ich will also machen mit. Auf den Fall, deinem Lauf. Das ist gut. Wir müssen jetzt in zwei Minuten. Ich habe mich. Wir müssen weg, wenn du weg. Rassumatzen. Oh Kathastisch. Ich habe mich. Grüß Gott, in seinem Haus. Es schimmert. Mhm, mhm. Vanilles. Hoffentlich sehen wir uns bald. Danke, Ratatouille. Ich glaube, das habe ich... Die Milch glaube ich nicht. Ah, aber ich weiß, wer Milch hat. Der Kierige Hame da. Ja. 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 Hä? Was ist das denn? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Der hat mir doch... Das kann man ja mal machen, sicherheitshalber. Ja, ich habe einen Kristall hergestellt. So, ganz ehrlich, ich verstehe das jetzt nicht. Wo? Wieso habe ich das jetzt nicht? So. 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 Okay, das war's nicht. Okay, das war's nicht. Genau, das ist mein Problem. Das hier, Slush-Eis. Krieg ich das her? Ich glaub, der Harz war's ehrlich gesagt, weil ich glaub schon, dass ich das eigentlich von dem kriegen hätte müssen. Und ässigem Wasser hab ich da. Schnee. 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 Moment mal. Okay, gefunden. Man kann es jetzt kaufen. Haha. Puh, ja. Muss man auch mal wissen, ne? Vielleicht ist es hier. Vielleicht alles in der Nähe, was ich brauche. Ja, dann geht's ja. Mach mal. Lustiger, wo bist du denn hin? Oh, Alter. Er rennt da extra weg. Ah. Du Scheiße. Hallo. Ah. Kein Problem, mein Freund. Hummerbrötchen und Sushi. Soll, das heißt, ich soll jetzt Hummerbrötchen und Sushi für die kochen? Ist ja mal interessant, ob ich das überhaupt kann. Die letzten zwei Leute, es geht dem Ende zu. Und es geht dem Ende zu. Gericht. R. S. Hummerbrötchen? Nö, kann ich nicht. Fünf Zutaten. Und Sushi? Und Sushi? Sake-Sushi vermute ich mal. Hier. Moment. So, Leute. Ich habe nachgeschaut, was ich brauche dafür. Für die Rezepte habe ich jetzt nachgeschaut. Aber, ich dachte mir, ich brauche Reis dafür. Scheiße, ich habe keinen Reis. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da habe ich draufgekommen. Fuck, ich habe Reis. Aber jetzt fangen wir in einem anderen Land. Also. Wir brauchen für das Hummerzeug einmal einen Hummer. Ich hoffe, ich habe einen Hummer. Ja, Hammer. Wir brauchen einen Hummer. Weizen, Zitrone, Butter, Knoblauch. Weizen. Weizen. Butter. Knoblauch. Problem ist, Zitrone. Zitrone müssen wir haben. Ich habe den Inventar, bitte. Denken wir ja. So. Los geht's. Jawohl, Leute. Das ist das Ding beim Hofer. So. Und für den Sushi brauchen wir eigentlich nur Fisch und Reis. Reis. Zack. Irgendein Fischli. Irgendein Fischli. Irgendwachs, wo wir ein paar haben. Alles. Jetzt brauche ich irgendwas zweimal. Jetzt einmal Sushi. Okay. Okay. Und den kleinsten Fisch automatisch. Gut, für die Queste ist egal. So, jetzt hängt es alles von der Mutter Goetl ab, von der Goetl. Da habe ich zwei Queste mit der noch. Einmal das von der Ursula, und das andere dann ist praktisch, glaube ich, dass die World geht unter, weißt? Hey, Merlin, da nicht so aufs Gas auffinden, weil da eine Frau steht. Oh, hallo, Schatz. So, woher ist noch mit dem, dem? Ja, schon. Danke. Das wollte ich sagen, war die Ursula nicht da gerade worden. Nein, du, du blödes Ursula-Teil. Oh. Ja, macht er da den eigenen Pool. Oh, du bist es, hab hohergern. Hab hohergern. Hm. Haa. Ah, da bist du ja. Ich bezweifle, dass irgendjemand verletzt wird beim magischen Experimenten. Ja, ich glaube da. Zuerst brauchen wir eine Muschel, aber nicht irgendeine Muschel. Wir brauchen eine von diesen Mädchen, das an der Meer redet. Viana. Da hat aber jemand eine Glückssträhne. Ne, Glückssträhne habe ich nur so lange die Viana, dass sie dann wieder schlafen geht. Sie hat nämlich irgendwie die Angewohnheit, ständig pennen zu gehen. Hallo. Ja, ich habe viel Sitzung. Du müsstest mir eine Muschel geben. Ah. Danke. Danke. Pupal, ich sage danke. Was die eine mit Aquamarine haben. Ich glaube aber, ich habe einen in der Base sogar noch. Und ein anderer. Nein, das war der Fuck. Da hätte ich wieder WALL-E. VIVA. So, jetzt gehen wir da rein, holen wir uns den Aquamarine Tintenfisch. Sechs Stück Tintenfisch. Ui, das wird glaube ich immer noch schwieriger. So, jetzt habe ich nichts. Oh, habe ich es sogar. Sehr gut. Das wäre jetzt schwieriger geworden als erwartet. Oh, habe ich es sogar. Vier. Vier. Ist ja nichts. Nehmen wir ein Quest-Symbol auch mal geht. Ah, hier. Ein leeres Fläschchen. Ein leeres Fläschchen. weiter tapfer keinen schild in der strahlung da ich hätte glaube ich krieg das jetzt fertig okay Wir kassen presidentialятиes Ich freue mich nicht. Ahm Ach so dass ich ihn habe Jetzt students mich bereit Ich weiß! Nein! Untertitelung. BR 2018 So... So... Gibt es ja nichts. Oh Gott. Ja. Das hätte ich jetzt nicht gehabt. Dass das dann doch noch geht. Ich bin schon auf die letzte Quest jetzt gespannt, was ich dann habe. Okay, jetzt halten die Antwort. Ursula. Ursula. Nein, nicht weit weg. Komm her. Ursula. Ach Gott, diese schwimmenden Viecher. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach oben So, okay, Chuck, tu was, mach was damit Ich hab den Trank, ja, mach mit der Blume was Warum, die mystische Grotte? Okay Sei Zeuge von Ursula's Zauber Es ist nichts geschehe, sag einmal Oh, okay Das gibt's ja nichts Und wieder am Strand Ah, aber diese Wasserviecher Ernsthaft Wo ist denn die jetzt schon wieder hin? Geh, Alter, f*** dich doch, du Trottelfiech Ah, danke Ah, mit der habe ich noch nicht viel gemacht, da habe ich noch eins, eine Quest von der hat man hofft, die scheiße Ja, ich hefte bei der letzten Sache Ah, ha! Das bringt sie auch. Was? Oh. Oh. Und jetzt Und rauf mit uns ins vergessene Land. Ich will das fertig kriegen heute. Ich will das fertig kriegen. Aber die Zeit sagt mir schon wieder, hör auf. Die Zeit sagt schon wieder, du blöde, es wird schon wieder spät. Aber. Tut mir leid, keine Zeit. Was? Was? Das ist jetzt irgendwie fast zu schnell gegangen. Ja, hab ich gefunden. Oh, 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 oh. Ah ja, finde die übrigen Kristalle. Wie? Ja, finde die. Ohpala. Wieder gerade ein bisschen dienseln lassen. So, jetzt bringen wir der Mutter das, weil ich weiß jetzt nicht, wo ich das andere herkriege. Bringen wir das der Mutter? Mutter! Gotl! Das Gotl. Das Gotl. Das Gotl. Das Gotl. Das Gotl. Das Gotl. Losgim! Was für ein Vergnügen! Okay. Das heißt, ich muss das jetzt vergraben? So. 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 So.